Herzlich willkommen zurück. Beim letzten Mal sind uns die Jora-Einheiten, die die desertiert haben, entgangen. Das war ein bisschen scheiße. Ich hatte schon Angst, die würden irgendwie einen Miesen und einen Mega-Roboter holen. Aber die haben sich einfach nur verpisst. Gut, und jetzt müssen sie irgendwo sein. Oder sollen irgendwo sein, wo ich keine Ahnung habe, wo sie sind. Sind sie vielleicht hier? Nein. Nein. Die müssen ja echt in diesem Gebäude hier sein. Da war es, glaube ich, gerade. So, mal nach ganz oben. Vielleicht sind sie dort. Gut, Dark Combination. Nein. Oh, okay. Hier scheinen sie auch nicht zu sein. Wo könnten die nur sein, die kleinen, kleinen, miesen Viecher? So, gleiten wir mal nach unten. Und suchen sie auf irgendwie jeder Etage. Aber... Ich glaube, wir finden sie nicht. Nein. Okay. So finden wir sie nicht. Ähm, ich glaube, dann müssen wir einfach die anderen jetzt holen, die gesucht werden. Bei unserem Herrn, wir sind der Schnellste. Ähm... Da gibt es noch eine Aufgabe. Ah ja, die Aufgabe, die da rumfliegt. Und was ist hier? Hier ist noch was. Ach ja, das war das, wo wir immer nie gefunden haben, ne? So. Pflanzensaat. Ja, das ist uns aber unwichtig. Wo sind denn denn die Jora-Einheiten? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Die desertierten Einheitchens da. Könnten die die vielleicht... Nein, oder? Das wäre doch zu assi. Wenn sie jetzt hier oben drauf sind. Das wäre echt zu unfair. Wir müssen noch eins weiter hoch. Oder eins weiter, besser gesagt. Äh. Okay. Das macht mir Angst, dass ich den auswählen kann, ne? Warum spiel? Oh ja, die sind da oben. Ich seh's doch. Ah, shit. Dort oben haben wir nicht wirklich einen Rückzugspunkt. So, das ist dieselben. Ja. Ja. Ahi, 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 ahi. Ja. Ja. Du kommst nicht näher an mich ran. Ai, ai, ai. Hör mal auf. So, äh. Nein. So, und dann machen wir mal. So. Nein. Doch, wir sind ja schon so, dass das so ist. Gut. Ähm, und den da. Ai, ai, ai. Warum haben die auch mehr Waffen als wir? Ja, ai, ai, ai. Ich habe ja schon verstanden, dass ihr uns killen wollt, aber das müsst ihr nicht auf nerven da tun. Ah, das wollte ich gerade machen. Warum sind die besser ausgerüstet als wir? Nein. 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 Jetzt hör mal auf. Geh mir nicht auf. Geh mir nicht auf den Sack! Nein. Nein. Jetzt zu zweit auf die drauf. Wir sind nicht auf der Grund, wenn wir es auch nicht machen können. Äh. Alter, was? Nahkampf müssen wir ja nicht. Nie werden,indest LGBT STRithefts. Na La Da 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 Da. Ich halte mich da mal ein bisschen so raus. Nicht, dass wir noch sterben. Weil wir sind gleich auf Level. Ich weiß ja nicht, was 9S-4-Level ist. Eieiei. War jetzt etwas zu viel? Ich treffe damit irgendwie nie. So, mega auf die Fresse hier. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Wir prügeln den von der Arena. Oder sie. So, das muss doch gewesen sein. Immer noch nicht. 1000, 10.000. Du hast eine Waffe erhalten. Lanze Typ 40. Ne, das wollte ich nicht. Ähm, ich wollte jetzt mal in die, ähm, Waffen, ähm, und mir mal die Waffe angucken. Alle Waffen. Ähm, Lanzentyp 40. Wir haben das Tugendabkommen und Bestienlord, oder? Tugendvertrag. Alle Waffen. Tugendabkommen. Ein weißes Schwert, das Ostsamreis, Bestienlord. Und Lanzentyp 40. Und wir haben dort gerade Tugendvertrag drin. Okay, dann, äh, lassen wir es auch dabei. Wir haben diese Lanzen, die könnten wir verkaufen, weil ich brauch die nicht. Ähm, weil er Tugend würde. Und wir tun mal dort wieder das Tugendabkommen rein. Oder? Weil das ist, glaub ich, schneller. Komm, machen wir einfach mal. Dann sieht's auch wieder schöner aus. So. Und hier soll noch irgendwie so eine Sache sein. Aber ich versteh nie was. Hier. Genau hier. In dem Ding drinnen. Ist das einfach vielleicht das allgemeine Ziel? Also das da? So. Ähm. Was ist unsere Aufgabe jetzt? Das hab ich jetzt gerade nicht so mitbekommen. Aktive Aufgaben. Ähm. Das wandernde Paar. Jora-Verräter. Du hast die Jura-Flicht irgendwie sich. Schwich mit einem, um herauszufinden, was hier los ist. Ja. Machen wir. Mhm. Gut. Die haben wir platt gemacht. Hier kriegen wir noch ein kritischer Treffer. So. Ab in, äh, das Widerstandslager. Ab in, äh, das Widerstandslager. So. Anemo. Anemo. Anemone. Ja. Kann ich euch helfen? Ja. Wir müssen wirklich mit deiner Hilfe etwas klären. Kannst du uns etwas über die Römer erzählen, die eurem Vorrat gestohlen haben? Ich höre jetzt zum ersten Mal davon. Mhm. Ich meine, wir bewahren unsere Vorräte an mehreren Orten auf. Aber soweit ich weiß, wird nichts vermisst. Ich verstehe. Naja, danke. Hä? Okay. Okay. Ich habe ihn nicht. Ja. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Oh, oh. Aber wir sind nur uns zu kämpfen. So, da muss ich kurz niesen. Ah, hat ein bisschen lange gedauert. Immer dieses vorgetäuschte Niesen, ne? Dieses vortäuschende Niesen. So, wenn wir jetzt nochmal diese eine Dingsmission... Können wir eigentlich als Waffen auch verkaufen? Ne, können wir nicht. Oder? Ne. Upgraden. Ich könnte das hier upgraden. Mache ich doch mal, oder? Dann machen wir mit dem... 540 bis 594. Eieiei, eiei. Mhm. Dafür brauchen wir noch eine gedäte Spule. Und was brauchen wir hier noch? Titanlegierungen. Können wir das nicht kaufen bei ihm? Apropos, hat er nicht... Hat er nicht allgemein was zu kaufen? Für uns? Bestienlord. 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 Nee. Gut. Kommen wir bald wieder. So, können wir bei ihm... Titanlegierungen kaufen. Kaufen. Äh. Nein. Hm. Okay. Bis demnächst. So. Hm. Körperberatung. Ja. Hm. Hm. Aha. Okay. Chips kaufen und verbessern. Port verbessern. Dafür brauchen wir noch alles. Sicherungstrips. Verkaufen. Ne, wir haben genug Geh, also an G-Punkten leidet es uns nicht. Ah, Titan-Legierung. Ne, das können wir nur verkaufen. Verkaufen. Erhöht Plug-and-Chip-Kapazität um 24. Okay, ähm. Äh, Fähigkeiten. Plug-and-Chips. Einstellungen. Anpassen. Ausgerüstet. Alle Chips, die wir besitzen. Äh, haben wir den Aufbewahrungstrip schon drin? Ja. Okay. Dann tun wir, wir haben jetzt mal die hier drin. Dann haben wir nochmal kritischer Hieb. Dann machen wir noch, ähm, plus drei. Oh. Und Niederangriff. Passt er hier rein? Nein. Äh, Ausweichdienst. Kritischer Treffer. Plus. Mhm. Da rein und dann. Nein. Haben wir noch irgendwas? Feuerkraft. Nein. Passt das hier rein? Nein. Hieb plus zwei. Ah, Mist. Okay. Könnt ihr uns jetzt eigentlich nochmal neu beraten? Ausgleichen. Zurück. Da müsste sie uns ja jetzt... Wahrscheinlich doch, oder? Hat sie uns jetzt... Hat sie uns? Oder... Typ B. Sie hat uns. Benutzter Speicher. 61 von 64. Ja. Finde ich gut. Obwohl, wir könnten doch mal... Warte mal. Wenn wir jetzt schon das Geld haben, könnten wir doch gleich hier... Aufs Ganze gehen. Plus 16. Plus 16. Plus 8. Plus 8. Plus 5. Plus 5. So. Jetzt sind wir... Jetzt sind wir eigentlich der härteste Schild. So. Äh, nein. Es. Ja, worum geht's? Bitte wählen sie einen Kampfglisch. Ausgeglichen. Obwohl... Ähm, ja. Benutzen sie eine Wartung. Körperberatung. Über was wollen sie sprechen? Über den Körper. Ja, 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 ja. Ja. Ausgeglichen. So. Nix. Nichts weiter. So. Wie sind wir jetzt, äh... Wenn wir schon die Kohle haben... Oh mein Gott. Was ist das? Ja, wir haben diese ganzen... Äh, Angriff plus 3. Ah, ja, 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 ja. Okay. Wir sind jetzt eigentlich wirklich der härteste Shit. Wir könnten auch nur auf Angriff gehen. Da machen wir richtig hart Damage. Ne, wir lassen es jetzt erstmal so und, ähm... Okay, wir testen das gleich mal aus. Ander ein paar blöden Viechern. Ja, es geht auf jeden Fall leichter. Ich brauchte jetzt nicht irgendwie die Hilfe von meinem Pott. Finde ich gut so. Bergen. So. Yep. Und damit würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.